Musik Falaumi, kommen Sie doch mit zu modetreff.erport. Da ist die Mode international. Willkommen aus New York, London, Paris, Rom, Milan. Wir wünschen Ihnen einen modischen Frühling 1983. Ganz in Nappa-Leder. Schilhe und Hose. Dazu das Polohemd in Rinalook. Farbenfrohe und pflegeleichte Kindermode. Originell kombiniert. Die Bermudas und das Volant-Gleitchen. Sie und er topmodisch in reiner Baumwolle. Hochaktueller Bluson mit Stonewashed Jeans. Volant-Mini-Chip kombiniert mit Bluse. Ein jugendliches Ensemble. Schilhe mit Niedengarnitur und Hose. Dazu die originelle Bluse. Leicht zu tragen und zu pflegen. Baumwoll-Bluson mit modischer Hose. Fantasie in reiner Baumwolle. Die Modemacher bei Coop haben sich einiges einfallen lassen. Das wird ein bunter Modefrühling. Neue Farben blühen auf und man fühlt sich richtig wohl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, achten Sie auf das Modesjournal von Ihrem Coop-Warenhaus. Nehmen Sie sich daraus Ihre ganz persönliche Bordkarte. Und diese stempeln Sie dann ab im Glücksautomat in Ihrem Coop-Warenhaus. Ihren persönlichen Gewinn können Sie dann gerade mit Hause nehmen. Es sind das Gutsche für Swissair Gratisflüge, Swissair Tasche, Swissair Schirm und so weiter und so weiter. Und zudem können Sie einen Swissair Städteflug nach London gewinnen, wenn Sie Ihres persönlichen Jackpot los in Coop-Warenhaus einwerfen. Und jetzt Achtung, das Cockpit frei für unsere kleinen Jumbo-Piloten. Holen Sie euch in Ihrem Coop-Warenhaus einen solchen Bastelbogen. Ja und dann zeigen Sie mal, wie originell eigentlich ein so ein Swissair Jumbo aussehen könnte. Zu gewinnen gibt es auch hier Gratisflüge von der Swissair, dann die Flughafenbesichtigung des Kloten vom Amt für Luftverkehr und Swissair Modellbaukästen von der bekannten Qualitätsmarke Revell. Also, follow me, kommen Sie doch auch mit zum Modetrag.erport, Ihrem Coop-Warenhaus. Das ist Moden international. Einen schönen Frühling miteinander. Ja und damit Sie topfit in die Frühlingsmoden einsteigen können, haben wir für Sie noch ein Rezept bereit mit viel Vitaminen. Darum schalten wir jetzt um in die Studioküche. Brüsseler ist nicht nur für Salaten sehr ein beliebtes Gemüse, auch dünnstet, gratiniert oder sogar im Blätterteig backen, ist er ausgezeichnet. Und so wird es gemacht. Die halbierten Brüsseler, die wir im Anken dämpfen und salzen. Einen fertigen Blätterteig haben wir ausgewallt und in gleich grosse Stücke geteilt. Ich gebe jetzt eine Tranche Schinken drauf, ein bisschen Reibkäse und ein Brüsseler. Wir rollen den Teig zu einem Wecken ein, bestreichen ihn mit Eigeln und diesen mit einer Gabel einstechen. Im gut vorgeheizten Ofen werden die Brüsseler im Blätterteig während etwa 20 Minuten goldbraun backen. Dann sehr heiss servieren. Das Rezept steht in der Korbzeitung dieser Woche. Einen guten. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Korb alle Midikonfitüren im 450g Glas jetzt 40 Krabben günstiger. Zwei Pakete Milano Waffeln nur 2,95 Krabben. Ein Liter Korb Äpfelsaft nur 95 Krabben. 200g Hirz Hüttenkäse nur 1,30 Krabben. Vorzugsbutter 100g nur 1,40 Krabben. Und 200g nur 2,75 Krabben. Und nur morgen übermorgen und am Samstag ein Sultaninen-Gugelhopf nur 2 Franken. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Tempo Papiernastücher ohne Menthol eine Packung an 10x10 Stücke nur 1,40 Krabben. In der Cobbzeitung dieser Woche steht, wo Sie die Schweizer Qualitätsvelo überkommen mit einem Jahr Garantie. Zum Beispiel das 3-Gang-Damen-Velo statt 339 nur 309 Franken. Bei diesem 10-Gang-Haren-Velo sparen Sie 40 Franken. Das Mädchen-Velo mit 3 Gängen kostet 268 statt 298. Bei diesem 5-Gang-Modell für Jungen sparen Sie 30 Franken. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch.